Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team Weekend League. Die Weekend League geht jetzt noch schlechter los als die letzte Woche. Ersten vier Spiele alle verloren, meiner Meinung nach auch alle unverdient verloren. Kann sich mal sehen lassen, ein Spiel haben wir davon gar nicht gemacht. Mal schauen wie es weiter geht. Ich sollte jetzt eigentlich keine weitere Aufnahme machen, aber da ich wieder Zeitprobleme habe, diese Weekend League. Ja, ich spiele jetzt angepisst und schlecht weiter. Werde wahrscheinlich auch beide Spiele in dieser Aufnahme verlieren. Und sollte ich jetzt nicht beide Spiele gewinnen, in der Aufnahme ist es dann aber auch auf jeden Fall die letzte. Dann sind wir unter, da haben wir glaube ich sechs Spiele hinter uns und dann, naja, es ist schon mal besser als nichts. Und dann versuche ich einfach am Samstag so viel wie möglich zu spielen, dann schauen wir weiter. So, aber solange es 0-0 steht, kann ich mich vielleicht noch ein bisschen versuchen, die angepisst Teil wegzukriegen. Indem ich weiß, okay, es ist noch nichts verloren. In den Spielen, jetzt gewinnen wir einfach beide. Und Raphael macht mal irgendwas Geiles. Schade. Oh, der macht dann schlechter. Und dann kriegt er dann auch eine Belohnung dafür. Ja, gemacht von Sokrates. Der ist ja super aggro, der Typ. Bisher zumindest. Jetzt hat er mal zugelaufen, dann macht er aber direkt wieder den Stellungsfehler. Wir machen es definitiv ganz gut, aber ich glaube, der Gegner ist auch ziemlich schlecht. Also, das ist jetzt nicht nur, weil wir so gut spielen gerade, sondern weil der Gegner auch einfach ziemlich schlecht spielt, glaube ich. Weil wir haben die ersten vier Spiele in Folge verloren, ist klar, dass er da irgendwann mal schlechtere Gegner bekommen. Oh nein, wir kommen nicht zum Schuss. Super geil durchgesteckt von Raphael. Wir kommen nicht zum Schuss mit Gnabry, weil er sich den Leiter nochmal zu weit und schlecht vorlegt. Wir kommen nicht zum Schuss mit Gnabry. Dankeschön. Ah, der Spieler ist schlecht, also wie der drauf rennt auf den Ball, etc. Oh, wenn wir das jetzt auch noch verlieren, ich glaube, dann mache ich in der Aufnahme kein weiteres Spiel mehr, dann unterbreche ich. Das hat er gut gemacht. Das hat er leider auch gut gemacht, aber Alter, war es da. Ich bin immer noch zu aggro, ich muss immer noch ruhiger werden. Come on, ich lebe 0-0, das ist deine Chance, hier zu gewinnen. Ruhiges, konzentriertes Abwarten und das Verteidigen. Vor einem kurzen Moment dachte ich, der geht rein. Oh, da steht ja ein Spieler von ihm, ist vielleicht nicht optimal, da hin zu spielen. Ja, ich habe es geahnt, als ich gesehen habe, Knabry kommt da in eine gute Position, habe ich gedacht, okay, wenn wir das schaffen jetzt, den Schuss um den Abwehrspieler rumzuschießen, dann ist es wahrscheinlich ein Tor. Oh, das kann Knabry wirklich sehr gut. Ah, war nicht unhaltbar, würde ich sagen. Besserer Tor in Heim bestimmt. War sehr knapp. Come on, das muss mir doch wieder Moral geben hier. Wir haben jetzt einen Führungstreffer, schlechter Spieler, er wartet lang, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass er angepisst ist. Gegner bricht direkt ab nach einem 1-0 oder nutzt einen Glitch, ich weiß es nicht, egal. Wir haben einen Sieg. Boom. Wichtig. Nur noch ein paar Sekunden der erste Sieg und jetzt der zweite Sieg in der Aufnahme und vielleicht, wenn dieses Spiel schnell geht, können wir sogar noch hier ein drittes machen. Weil das war jetzt wirklich noch ein paar Sekunden. Ich glaube, das mache ich sogar. Es sei denn, jetzt das Spiel geht in die Verlängerung, dann wohl nicht, aber wenn es nur in der regulären Spielzeit zu Ende ist, werde ich wahrscheinlich ein drittes machen. Also ich muss es aber gewinnen, wenn ich verliere, werde ich wahrscheinlich kein weiteres Spiel machen. Also fällt mir gerade ein, von wem war denn die Vorlage? War die von Raphael? Ja, die Vorlage war von Raphael, sehr schön. Raphael fühlt sich ehrlich gesagt gut an, mal schauen, was er noch so macht. Ist halt echt scheiße, dass wir ihn jetzt testen, wo wir einen sehr, sehr schlechten Start haben und die ersten drei Spiele dann, die er macht, halt. Das eine Spiel ging ein paar Ingame-Minuten, also war er überhaupt nicht lang. Wo er seine Vorlage macht, die anderen zwei Spiele habe ich einfach super scheiße gespielt, also, und trotzdem unverdient verloren, das ist ja auch noch geil. Von daher, ja, nicht der beste Zeitpunkt, um einen neuen Spieler zu testen, aber egal. So, wir haben das Spiel gewonnen, come on! Konzentrier dich, Paxes. Wir gewinnen jetzt auch einfach das Spiel. Vielleicht ein bisschen weniger reden. Abgefächt, ein bisschen Eck ist da hin, sehr schön. Direkt ein bisschen Druck aufbauen, ist immer gut am Anfang. Hat er gut gemacht, aber wir waren dann zum Glück noch dran, sodass er gezwungen war, Distanzschuss zu wählen, wenn er dann auch nicht reinging. Das haben wir auch sehr gut gemacht. Musste leider passen. Alexis Sanchez war schneller. Im Tunnel angenommen, den Ball, auch geil. Auch ein bisschen lacke, wie er da rankommt. Und er schafft das Lackertor nach einer Ecke, sehr geil. Egal, egal. Ist egal, ist erst ein 1-0. Scheint gerne hin und her zu rennen, steuert auch ziemlich auf die gleichen Spieler. Wo flankst du denn den hin? Sie lernen, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, der so komisch spielt. Vielen Dank. Schönes Ding. Sehr geiler Schuss. War mal ein guter Angriff. Oh, nice. 1-1. Und wir haben erstmal einen Rückstand aufgeholt. Das ist auch schon mal gut für den Moral. Und ich bin nicht komplett durchgetreten in dem Spiel. Das ist auch gut. Und getunnelt. Und getunnelt. Und ich bin nicht schlecht. Und ich bin nicht schlecht. Und ich bin nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Das hätten halt direkt rausmeißen müssen, den Ball. Oh, so ein Scheißlacker. Und ich bin schade. Und ich bin hier. Alter, jetzt muss ich sagen, das ist ein mega aggro. Stellungsfehler dadurch. Sorry, aber es war wieder ein langer Tor, klar, aber er hat einfach jetzt total schlecht verteidigt. Was war da denn jetzt los? Ist er so angepisst von dem 1-1? Geil. 2-1, Spiel gedreht. Und das ist echt ein guter Gegner, viel besser als der letzte. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich wiederhole es gerne. Come on jetzt, Paxes, reißen, ziehen, beißen, kämpfen. Das Ding gedreht, Spiel gewinnen, los. Krasses Tor von Brozovic, war er noch nicht mal abgefälscht. Mal auf sehr defensiv, na, wobei, nee, ich habe mal defensiv, vielleicht habe ich noch ein Tor, damit ich auf sehr intensiv gehen. Ich glaube, Philippe Andersen muss mal... Ach du Scheiße. muss mal gewechselt werden, na. Oh nein, 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 hätte ich nur geschossen. Ich bin jetzt schon mal Colonien, das sind nicht mehr. Ich bin nur noch mal ein großartig. Ich vermute mich, aber ich glaube, dass dich nicht mehr als ich, wenn du das Schön gemacht von Alessandrini. Krass. Der Pass war genauso geplant. Und dann macht Perisic das Ding. Doppelpack. Sehr geil. Der Pass war krass. Dass der Pass angekommen ist. Aber ich wollte da hinpassen. Ich wollte ihn genauso anspülen und dann direkt schießen. Sehr geil. Es fällt der Gegner ein bisschen auseinander, wie es aussieht. 3-1. Nice. Aber wenn es so weitergeht, dann mache ich echt noch das dritte Spiel hier in der Aufnahme. Sehr schön. Gut verteidigt war natürlich schwierig, aber wir haben es gut verteidigt. Jetzt ist er viel aggressiver. Jetzt ist er wieder viel schlechter. Aber ich kenne das von mir selber. Wenn man angepisst ist, dann macht man einen Fehler. Gegner bricht ab, krass. Jetzt haben wir schon das zweite Spiel, was abgemacht wird in Folge. Und der war echt gut. Aber da hat sich das Spiel... Und ich kenne es. Ich kenne es. Ich weiß genau, wie das ist. Man spielt gut, man ist total auf Augenhöhe. Und dann bricht man komplett ein, wenn man sich aufregt und verschenkt das Spiel. Ach, ich kenne es, Jungs. Ich kenne es. Tore. Perisic, Brozovic, Icardi. Vorlagen. Kegira, Alessandrini, Icardi. Zwei Scorer-Punkte, Icardi und Perisic. Sehr schön. Ach, wie ich es kenne, ey. Tut mir fast ein bisschen leid, der Gegner. Aber gut, meine Moral ist erst mal wieder oben. Jetzt machen wir auf jeden Fall noch ein Spiel. Come on, baby. Jetzt drei Spiele in Folge gewinnen, wäre natürlich schon geil. Wir haben... Boah, der hat 0,5 immer noch. Sehr geil. Vor allem, weil er es hat 10 Tore gemacht in 30 Spielen. Also, er macht aller drei Spiele ein Tor. Das ist auch krass als Außen-Mittelfeld-Spieler. Ach, Moment mal. Ich spiele gerade wieder mit der gleichen Mannschaft. Das ist nicht das, was ich wollte. Wir haben eigentlich schon ein ziemlich krasses Team. Also, es ist selten, dass der Gegner jetzt ein besseres Team haben wird als wir. Also, ich denke mal, die meisten Gegner werden halt schon denken, wenn sie meine Teams sehen, so... Oh, fuck. Was ist das denn? Krass. Ich meine, klar, es ist halt... Es sind halt... Es ist ein 81er-Inform, eine 82er-Inform, eine 82er-Inform, ein 82er-nicht-seltner-Spieler, 84er-Inform, 84er-Inform, 84er-Inform. Das ist halt... Es sieht erst mal auf den ersten Blick krass aus, weil so viele Informs sind, aber es ist moderat. Die meisten kosten ja auch nicht so viel. Second-Inform-Raffae... Second-Inform-Raffae... 86er, der hat mich 35.000 gekostet. Also, das ist halt nicht viel für solche Spieler. So, jetzt haben wir zum Beispiel schon ein Team, wo ich sagen würde, das ist besser als meins. Icardi, Mertens, auch so die normale Bewertung davon schon, also, das ist bestimmt besser als meinses Team. Das wird nicht oft passieren, aber das war halt leicht besser, würde ich sagen. Das ist schon ein leicht besseres Team. Ich werde jetzt aber mal konzentrieren und das dritte Spiel in Folge gewinnen, bitte. Schöne Grätsche. Schade. Schade. Och, nein. Aus der Drehung laufen. Das ist halt Icardi-Style. Das ist Icardi-Style. Aus der Drehung, aus einer Halbschance ein Tor machen. Und das konnte ich auch nicht anders verteidigen. Also, das kann man nicht, also, er passt es halt durch und schießt einfach direkt. Richtet sich nicht mehr aus, hat wahrscheinlich schon in der Drehung auf Schießen gedrückt und die Icardi macht das Scheißding halt einfach rein. Da geht's. Oke. Oh, so knapp. Fast hätten wir den Ball noch bekommen. Scheiße, ich konnte mich halt nicht mehr drehen. Ich konnte nirgendwo anders hinspielen. Das war das Problem gerade. Egal, der hätte sonst frei aufs Tor geschossen mit die Baller. Das ist 2-0. Von daher nehme ich dann lieber den Freistoß. Das ist noch relativ weit weg. Ach, wieder die Kacke mit. Ich laufe mal hin. Ne, doch nicht. Der Gegner ist auch gut, hat ein gutes Team, das wird schwierig. Aber egal, wir haben gerade ja auch ein Spiel gedreht. Von daher, warum nicht nochmal? Sehr schön von Bailey. Ich war an Kopfball bei Bailey geworden. Oh, fuck! Ja, ich war ein wenig. Ja, ich war ein wenig. Der macht es echt gut, einfach keine Fehlpässe, sehr ruhiger Spielaufbau. Oh, fuck! Mist, das regt mich immer auf, wenn man eine Grätsche macht und dann gibt es trotzdem einen Fehlpass und der Grätsche wäre gar nicht nötig gewesen. Mist. Wir hätten aber auch fast den Ball gehabt mit der Grätsche. Okay. Schöner Schuss. Schade. Ich falle eigentlich, wir könnten eigentlich mal aufs 4, 1, 2, 1, 2 wechseln, glaube ich. Wir haben echt nicht aufgeschossen, sind auch nicht gut durchgekommen. Wenn man jetzt eh Pause drückt, sonst hätte ich es wahrscheinlich in der Halbzeit gemacht. Können wir direkt mal testen, ob das was bringt mit der Formation oder ob wir vielleicht doch wieder in unsere Hausformation wechseln müssen. Schade. Das war genau oder fast die gleiche Situation, eigentlich sogar noch besser als die von Icardi, weil wir aber näher am Tor standen. Und Icardi machten halt rein, ne. Das ist halt der Unterschied. Okay, Icardi hat auch die deutlich bessere Stürmer als die Regie. Oh, Alu, Mann! Wir haben jetzt in der Weekend League, glaube ich, in jeden, ne, fast in jedem Spiel, Alu. Was ist denn hier los? Nervt komplett, diese Alu-Scheiße. Nervt komplett, diese Alu-Scheiße. Oh, das ist kein Rot! Ich dreh durch! Okay, das war's, das war's, das war's. Und schon wieder haben wir uns selber ein Spiel kaputt gemacht. Geil. Das war's. Ach, ist das bitter. So, wir haben, glaube ich, auch noch nie ein Spiel gewonnen mit einer roten Karte. Zumindest kann ich mich daran erinnern. Okay, es könnte sein, dass wir mal ein Spiel gewonnen haben, wo wir ganz, ganz spät eine rote Karte bekommen haben und schon in Führung waren. Das könnte sein. Aber jetzt in der Konstellation, dass wir sogar noch einen Rückstand aufholen müssen, ich glaube, das haben wir noch nie geschafft. Ich meine, so lange wie es 1-0 steht, ist noch alles drin, aber sobald wir hier das 2-0 fressen, war's das, denke ich. Jetzt fehlt uns natürlich in der Einspielstation. Ach, das können wir auf der Formation noch besser kompensieren als auf der anderen. Scheiße, dass wir einen Spieler weniger haben. Fuck! Wir haben jetzt zwar den Ausgleich, aber es wird trotzdem so schwer werden. Komm, wir gehen auf Elfmeter schießen. Denn der Ausgleich ist nicht so unverdient, aber ich glaube nicht, dass wir das halten können. Aber wie gesagt, es gibt immer ein erstes Mal. Vielleicht ist es das Spiel, wo wir mit einer roten Karte gewinnen und das Spiel sogar drehen. Oh, f***! Okay, das war eigentlich, das ist eigentlich Elfmeter, das ist eigentlich Elfmeter. Das war ein klarer Elfmeter, aber Glück, dass es keinen gibt. Das war ein ganz klarer Elfmeter. Wenigstens haben wir noch eine Ecke bekommen, das war so ein krasser Elfmeter. Meine Ahnung, was er jetzt umstellt. Eigentlich müsste ich jetzt wieder ins 4-2-3-1, weil wir damit wahrscheinlich defensiv stabiler sind, oder? Aber eigentlich hat es sich ganz gut angefühlt in der Formation. Und wir haben halt zwei Stürmer, da können wir halt nach vorne noch irgendwie ein Tor schießen. Oh, da spielt es breite 4-2-1-2. 4-1-2-1-2, so. Da haben wir Glück. Und da braucht keine Achso, abgefälschung hier. Was? Was macht denn mein Torhüter? Och, Abseits, für Glück! Was hat denn mein Torhüter gemacht? So, ein krasses Torhüter-Faul, äh Foul, Fehler. Oh mein Gott! Springe komplett vorbei. Scheiße, das war mein Fehler. Unsinnig. Das war die Gräte. Das war dumm. Das war auch wieder dumm. Zu sehr ans Tripling gegangen. Ich muss viel vorsichtiger spielen, verdammt. Ich spiele mit einem weniger. Und Elfmeterschießen oder halt Verlängerung ist halt schon Pflicht. Ich darf halt keinen mehr fressen. Scheiße. Aber ich dachte auch, er wäre besser ausgerichtet zum Tor und müsste sich nicht erst so komisch drehen. So, Regie. Okay. 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 Ich wollte schon sagen, wenn das wieder geklappt hätte. Weil Alaba zu weit vom Mann weg ist und deswegen den Kopfball nicht verhindern kann. Das wäre krass gewesen. Zum Glück war's abseits. Okay. Das will auch decken, wie es aussieht. Das sieht irgendwie nicht geil aus. Das ist schlecht getribbelt. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, er legt ihn vorbei. Nicht wieder diese Scheiße. Krass, mit Kimmich Kopfball der Eigermann. Was hat er denn mit seinen Flanken? So ein Klick funktioniert das nicht. Okay, Verlängerung. Wir müssen mindestens Elfmeterschießen. Come on! Das wäre geil, mit der roten Karla das Spiel noch zu gewinnen. Das wäre richtig geil. Da hätte ich mega Bock drauf. Konzentration. Come on! Konzentrier dich! Keine dummen Fehler machen, keine sinnlosen Ballverluste. Und dann haben wir noch einen Foul. Und dann haben wir noch einen Foul. Und dann ist es extravielfassig. Asylantrag einfach mal ein Foul. Und dann ist es noch so lustig. Und dann ist es so lustig. Und dann ist es so lustig. Boah, die spülen sich so träge, ist so krass. Und dann machen wir den Führungstreffer, come on, baby, come on. Wir machen den Führungstreffer mit der roten Karte. Stand ein 1-0 Rückstand. Come on, jetzt, komm schon. Sehr defensiv, und jetzt, glaube ich, gehe ich auf Zeit einfach. So ein bisschen eher als sonst, aber... Oh, nur Alu zum Glück. Aber wir hatten auch schon Alu-Treffer in dem Spiel, von daher ist okay. Oh nein, knapp, hat er auch gar keine Bausdauer mehr, wie es aussieht. Nice luck. Geil gemacht von Elio Nussi, der noch volle Power hat. Geil, dass Alaba genau den Spieler anspielen muss, und nicht vorbei passt. Aber egal, zweite Halbzeit, come on, jetzt Zeitspiel, komm schon, Zeitspiel. Wir sind jetzt 15 Minuten, und das ist 5 Minuten eher als ich es normalerweise mache. Aber egal, das haben wir uns verdient mit der roten Karte. Daher geht's mit der roten Karte. Ja, das ist gut. Und jetzt, glaube ich, wir sind gerade noch eine Rote. Daher geht's mit der roten Karte. Eich, daher geht's mit der roten Karte. Und jetzt, glaube ich, auch in der roten Karte. Daher geht's mit der roten Karte. Ja, ich damit kann mich nicht einум�� Och nein, und dann gibt es wirklich nur ein beschissenes Kopfballtor. Herzlichen Glückwunsch. Och, es gibt wirklich ein Kopfballtor. Aber auch da, ich konnte es einfach nicht mehr anders verteidigen. Ich habe es probiert, aber selbst jetzt kann ich eigentlich Elfmeterschießen versuchen. Es ist immer noch besser als jetzt irgendwie ein Konter und dann... Ach, er verschießt, er verschießt, fuck! Warum, Eljanozi, warum? Warum, Eljanozi. Ich habe es probiert, Elfmeterschießen. Ich hoffe, dass ich es da schaffe zu gewinnen. Komm schon, komm, wir haben es uns verdient. Komm, wir hatten eine rote Karte gehabt. Konzentrier dich, es ist was vorbei, wenn es vorbei ist. Kein Verschießen, kein Verschießen, come on! Beinar! Köder! Beinar! Mer inschêuers! Feuer! Och, wir verschießen den letzten auch noch. Wie dumm! Scheiße, Mann! Wir hätten es schaffen können. Mit der roten Kata das erste Mal. Und wir verkacken es natürlich. Geil. Och, kotzt mich das an. Fuck. Och, Mann. Scheiße. Aber auch jedes Mal in dieser scheiß richtigen Ecke. Zum Kotzen. Fuck. Bis zum nächsten Mal.